Hallo und herzlich willkommen bei Red Dog Gamble. Ich bin heute wieder auf die Jagd nach dem Ticket und heute habe ich das Spiel Raider Orgegin. Ich habe schon heruntergeladen, ich habe meinen Account gesucht, den ich damals vor langer, langer Zeit angefangen habe, aber ich habe ihn nicht gefunden. Deswegen continue to game. Ok. Ja, deswegen soll ich einen neuen Charakter aufmachen. Alles ist hot. Ich mache bei Server 1 und start game. Hm. Ja. Ich glaube ich nehme den Krieger, die Frau. Ich glaube ich habe beide schon gespielt gehabt. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich starte mal einfach. Einfach starten. So, und dann geht es mal los. Finde ich. Anlegen. Ok. Das ist ja im Prinzip. Welches Spiel war das noch? Genau das Spiel war das? Ein Spiel. Naja, ist auch egal. Wie war sind die zwei Spiele ziemlich ähnlich? Für mich finde ich sogar sagen 100% gleich. Weiter ist alles das gleiche. Äh, das will ich wahrscheinlich auch noch mal die 10 Minuten machen, dass ich mein Ticket kriege. Und das war es dann auch schon. Jetzt kommt der Boss. Ich bin der Boss. Ich habe es ein bisschen geändert. Was leider noch ein bisschen schade ist, dass das Bild nur so klein ist. Also ich könnte es zwar nur so drehen, dann wäre es größer, aber dann würde man alles auf der Seite sehen, außer wenn man einen Drehbahnmonitor hat. B, mein Begleiter. Oh, da oben. Reit hier. Anni ist nur mein Begleiter. Ich bin schon level 16. Ich glaube, bei mir kam schon die Schrift hier rum, wo ich voll installiert hatte. Oder besser gesagt, wo ich gesucht habe, wo mein Account ist. Das weiß ich jetzt nicht mehr. Aber werde ich ja gleich sehen. Ich sehe ja meine Zeit, wie lange ich spiele. Ich werde die 10 Minuten spielen. Das sind jetzt noch 4 Minuten. Ich werde die 10 Minuten spielen. Ich werde die 10 Minuten spielen. Ich werde die 10 Minuten spielen. Da ist schon das Reiche. Ich dachte, das wäre schon weg. Aber jetzt haben wir die Quest geschafft. aber ich warte jetzt noch drei Minuten und ich bin schon Level 28 und jetzt gehen wir mal zum Boss ich spiele gerade mal ein paar Minuten und schon den zweiten Boss besiegt Flügel Reitier Mein Reitier Juhu und Quest fertig Questa noch abgehen den Zwischenboss besiegen Sachen alle anlegen und da ist doch ein guter Punkt Wut 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 wut